TV-Weltpremiere für Voices auf UNICEF! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die Leute all around the globe If war was ever gonna help them To ease their heavy load Or did you just ask your proteins How much money they all could make To adorn their wives with jewelry While sowing the seeds of hate Or is it still about religion And which God rules above If there is or there isn't a heaven I thought that the message was love Or are there any other reasons For causing so much pain Well I guess that I'm just too young And I'll understand in a while I guess I'm still too young Cause I'm just a child And I'll understand in a while And I'll understand in a while And I'll understand in a while Ganz schön tough Dass du hier stehst Und trotzdem singst Äh Für das gute Einstehen Danke Jetzt hab ich mal ein bisschen Ernstere Frage an euch Was können wir Erwachsene Besser machen Damit wir euch ein bisschen Ruhe geben Auf dieser Erde Also ich finde Manchmal müssen Erwachsene Ein bisschen mehr reden Miteinander kommunizieren Und über das Thema reden Sie müssen nicht immer direkt anfangen Sich anzugreifen Und direkt Krieg zu führen Wo sie es auch so leicht zu Ende bringen können Einfach miteinander reden Und eine Lösung finden Die für beide sozusagen Vorteile hat Ganz schön gesagt Danke Vielen, vielen Dank dafür Danke für diese wundervollen Stimmen Udo Danke für diesen tollen Song Auch auf Englisch ein Traum Und Pascal Wir beide ziehen weiter Zum Boss Zu deinem Boss Ja Und wir geben euch nochmal Den allergrößten Applaus mit Voices for UNICEF Tausend Dank Vielen, vielen Dank Gute Besserung Danke sehr Danke Ja gerne Gerne Danke, dass ihr da seid Vielen Dank